Leute kommt her, kommt her. Wir befinden uns gerade hier in Afrika. Ich suche schon dieses Tier seit 15 Jahren und jetzt habe ich die Gelegenheit bekommen dieses Tier aus nächster Nähe zu betrachten. Es handelt sich um einen Vogel. Dieser Vogel, der lebt nur hier in Uganda im Dschungel. Und wir werden jetzt gemeinsam versuchen, dieses Tier zu finden. Leute, komm her, komm her. Hier sieht man, der Vogel hat richtig fett geschissen. Das heißt, der ist hier in der Nähe. Wir sind ganz nah an dem dran. Wirklich. Jetzt muss ich mal die Brille abnehmen. Mein ganzes Leben lang versuche ich dieses Tier zu finden. Und wir sind gerade so nah dran. Aber hey, ich will nicht, dass das Tier jetzt von uns abhaut. Wir müssen uns leise heranschleichen. Leute, ich sehe den Vogel. Wir sind ganz nah dran. Wir sind ganz nah dran. Leute, der müsste da hinten sein. Leute, wir müssen hier aufpassen. Hier sind überall Fallen. Hier sind überall Fallen. Wir müssen aufpassen, jetzt nicht die Scheiße trinken, gell. Der Scheiße, solche Brocken, Alter. Solche Brocken, Scheiße. Leute, wir sind nah dran. Wir sind nah dran. Aber wir müssen uns weiterhin verstecken. Hey Leute, wir sind jetzt gerade 50 Meter in seiner Nähe. Also ich kann diesen Vogel mit bloßen Augen sehen. Wir sind nah dran. Wirklich. Mein Herz geht an. Papapapapa. Papapapa. Papapapa, mein Herz. mein nächster schritt wird es sein langsam 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 mich an das tier heranzutasten wir dürfen jetzt bloß keine unüberlegten schritte machen wir gehen jetzt langsam mehr kommt mehr also ich mache das jetzt schon 30 30 jahren hier aber so tough war es noch nie ich bin jetzt seit neun wochen hier in uganda ich habe kaum gegessen nur um dieses tier zu sehen ich werde mich jetzt ein bisschen herantasten ich glaube das hat mich noch nicht gerufen damit es entspannt so macht ist so macht der vogel immer damit ist hier entspannt ich mache das jetzt ist vollkommen entspannt und jetzt schnapp ich es mir und ich bin scheiße das ist Vielen Dank.